Okay, was ist? Der andere Wechsel, der ist der letzte. Also, ähm... Machst du die Dinger? Ich mach die Tür auf. Natürlich, okay, dann mach ich. Schau, das ist vorher gleich. Da wird sich jetzt so rein. Das darf kürzend sein. Wenn ich jetzt bin da. Ich hoffe, jetzt komm ich zu vorne. Genau, das war auch besser. Warum? Da wird es nicht mehr drin. Ah, ich sag gut. Ich schau, ich hab wieder das weg. Ich hab zur Ordnung, aber... Schnellschau, ne? Wirklich? Hallo? 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 Wie hält dich? Ah, ich bin hier unten. Oh! Ja, für mich sind's. Wer waren sie denn jetzt gerade? Hä? Ich glaube nicht, wir haben gerade einer geschossen, aber... Hat der auf dich geschossen oder nicht? Was ist denn? Der hat auf dich geschossen. Der Gewehrschläger hab ich getroffen. Ja? Aber ja, wo ist der? Ich hab jetzt genau gesehen, wo ich geschossen habe. Hast du den? Nein. Der habe ich dir noch erwischt. Wie war das? Torsten oder Alicard? Torsten. Ja, ist klar. Ich hab' das noch mal. Der hat es wahrscheinlich genauso gemacht. Der hat es wahrscheinlich genauso gemacht. Der ist aber noch nicht hinten an der Ding. Wie wie? Kannst du mal versuchen... ...ein kein anderes zu hacken. Ich glaube, es ist noch nicht gestrickt. Mal schauen. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das ist natürlich klasse, schön vorgestellt. Was, vorgestellt meine ich? Das ist genau da unten. Ja? Du mal vielleicht, wenn ich Granaten einschmeißen soll. Kannst du auf den Drasch bringen, dann steht da. Ich hätte fast geklappt. Nein, ich habe den Drasch. Keine Drasch. Passt. Also die Glaskonstruktur, bitte. Ist das jetzt noch offen? Ja, das reicht jetzt nicht. Dann muss ich mal den Kino bringen. Wow, da ist einer. Ach du Scheiße. Hast du einen Blick? Du bist jetzt einfach gut. Machst du hinten? Ja. Ja. Ich geh mich hinten. Warte mal. Sag mal mal, wenn ich hinten komme. Ähm, du gehst gleich links. Da ist gleich links ein. Nein. Nein, 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 links. Es ist da auch nicht gegangen. Nein. Ja, da, da. Links ein. Da hinterher wohne. Ja. 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 Ich brauche nicht lange. Äh, unten sehe ich jetzt im Moment keinen. Kannst du auch, dass ich da irgendwer etwas platziert habe. Schaut nicht so aus. Ja. Und da, was die Pachteln bestätigt. Die Pachteln wird nicht frustrat. Das ist das nicht möglich. Ich sehe mich nicht. Ich habe mir nicht einen. Ich habe mir einen. Ich sehe mich nicht. Ich habe mir einen. Was war das? Was war das? Die da kann ich anladen, oh der fuck Was war das? Hä? Das ist gerade zu den Hegelaufen Das war das nicht Was war das? Ja Mann, oh Mann Was war das? E-Roy Ja, genau Probier's nochmal Nein Was war das? Was war das? Naja Probier das Ding jetzt nochmal Du gehst es da rein, ich probier das Ding Versuch das in die Dinger gleich kommst Ich schätze mal, wenn es das Enke der Lärmer mit Lärmer Was ist das? Was? Der Schiff durch die Welt durch Geht zu, zum Medica, zum Medica Ah, auf der anderen Seite, ok Ja, das war so geil Ich würde ihn zu Hause, das war's Ich würde ihn zu Hause, das war's Das ist ja auch wenn du da hinlaust Ja Boxschuhe Ok So, und deine Arme Die Heddy ist eine mit der Rifle Aber es ist offen Ein bisschen durchrennen und da drinnen Irgendwann schiffen Ja Sieh ich nicht Äh Ok Bist du oben? Ich bin unten Unten? Ich bin jetzt gleich in so einem Bauchschwung oder was Naja Er schätzt jetzt auf mich Ich bin echt gehackt, klasse Der Schau ist gerade blöd Und er kommt nicht sicher Jetzt sind jetzt sicher viele her Der geht's langsam Schaffst du Schau blöd Dann sagst du mal so anscheinend Was soll? Ja Da hinten kommt der Ficks rein Ja Ich glaube nicht, wenn wir da reingekommen haben Ja Da? Ja Du rennst drauf zu? Nein Nein Du rennst drauf zu? Dann drückst Y Lang Dann D Bist du rechts oder links? Äh Rechts Geh in den anderen Geh nur in den anderen Nein, bring ihn um Scheiße Hast du ihn umgebracht? Ja Ja, dann geh Ja, gut, geh da rein Aber da wird der Ander kommen Also geh dann bleiben an Ja, das ist auch schon was Beschecke irgendwo Irgendwann beschecke Ganz Nehm ich Nein, da Da ist er Ganz Ganz Ja So Ich meine Ich 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 Denk's mal ein bisschen Wenn du in den anderen Eingehst Dann Dann Kann ich den machen Ja Schau, jetzt bin ich da drin Ja Aber da gibt's irgendwas Von mir ist keiner Weil da schaut Ah doch, jetzt bin ich oben drum Ja, sehr ganz gut Ja, jetzt kommt einer Jetzt kommt einer Zu mir? Ja Ob er zu dir kommt oder zum anderen Was ich nicht Na, jetzt geht er rein oder wieder aussehe Nein, jetzt steht er da unten Er steht da umeinander Also Ich 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 Da ist er nicht Da ist er nicht Es geht Ich Schau ens Da ist er nicht Es geht Nein A A A A A A A Probiere das Ich kann ja eh... Langschuhen Hast du das? Finde ich Ich schaffte ihn so schnell Na? Aber jetzt geht es nicht Jetzt geht es nicht Aaaaah Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße 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 Okay, der andere ist auch schon bis auf 7 hier unten Ich sag 7 Ja, der unterde Hey, der ist gut Wie bist du da? Oma Ah, sag Wow, O Wir haben Landschuhe Hallo, HeavyHater Das ist gut Hey, da ist ein Loch Das machst du hier Ach, geil Da kommt immer anwandeln lassen Ja Anwandeln? Ja Ganz oben? Nein, wenn du da... Mach mal Nachtsicht Mach mal Nachtsicht Ach, auf deine Dinger Auf deine Tanks oder was? Ja Das ist gut Dann wird wieder eins im Bauchflogen Und du denkst wahrscheinlich nur, dass ich... Bist du unten als Quartier, oder? Ich bin unten jetzt, ja Ja, mach ein Bauchflogen eigentlich Ich weiß nicht, du verlierst dich Fakt, entdeckt du einen Ungiftbine Ich kann es schwimmen Aber ich habe nicht geschafft, dass ich ihn zu machen Es wird so gelockt Bist du tot? Gleich Bist du... Ja, das stirbt du und ich darf ihn verstecken Okay, versteck dich Der hat mir erschossen Ja Der kommt aber nicht Die läuten runter Jetzt denkt er... Der kommt Warte Ah, fuck Ist er umgeschalten Nein, er war da mal hintergeschaut Ja, der geht auch weg Da hat er nichts gesehen Schau, dass ich ein bisschen ablenke Ja, das muss man ein bisschen ablenken Oben Quasi Naja, das ist super Na, da ist super Na, es ist super Er ist ja schon gehackt oder? Sie wurden ein... Der rennt da immer umeinander Und dein Geld ja wieder Dann haben wir ein bisschen ablenken Bin wieder bei Ich bin wieder bei Nein, ich sieh ihn nicht, das ist... Weiter? Das ist nein, ich sieh ihn nicht Was? Sie wurden? Sie wurden entdeckt Hallo, ich merch dich da voll so? Haben, haben gedresert? Komm Ja, bin dabei 6 Sekunden, kommt der zu dir oder macht der mich? Ich hab keine Ahnung, der ist noch gedresert Schatz, ich will das geil von mir zu dir WTF bin ich eigentlich eingekommen? Ich bin... Alter, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin gerade aus dem Fenster, ich bin hier unten Hä? Weil ich weiß nicht Kein Ahnung Auf jeden Fall ist das geil, jetzt kommst du noch nicht da Da auch noch ins Team Na, scheiße, schau mal ob du da draußen kommst Also was für ein Fenster bist du da draußen? Ich will da machen Da hab ich jetzt gerade gewohnt Auf der anderen Seite der Fenster, jetzt bin ich noch nicht froh Wey, das wollen wir jetzt schon mal schauen Aber... Schau dir irgendwie aus wie der Sackgasse Also nicht so cool Ja Ich weiß nicht wie jetzt Ah, WTF Frage mich, wie ich da oben gekommen hab Ah, ok, da ist... Da ist... Da ist hoch, wo ich gerade hoch Das bringt glaube ich nichts Wenn du da her schaust, da ist ein Baufrund, oder? Ja Und da bin ich noch nicht flogen Da ist aber nichts anders Du bist aus dem Essen gesprungen Gerade aus dem Essen quasi Cool Cool Also drehen sie bei mir umeinander Ja Drehen die Umhänge umeinander Genau immer rum, aber... Oh Ja Das hat mich auch Komm WTF, wo ist mein letzter? Bist du auch unten? Nein, ich schlau umeinander Ich schlau auf den Kassen voll weg Ja, gut Das ist gut Wer wird das gleiche Bleibst du noch? Der hat nicht mehr viel Ehh... Oben haben wir ein schlau, oder? Das brauchen wir unten Ja Ich warte jetzt schlau auf die, bis du kommst Und dann machen wir uns zu zweit unten Machen wir... Ehh... 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 Ist das eine gute Technik? Ah, scheiße, scheiße! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Ich hätte das mal aufschmeißen, oder? 78%! Der bringt mir, der grippelt! Ah! Ah, f***! Rennen kann ich nicht aufschmeißen, oder? Du wolltest nicht aufschmeißen! Das findest du nicht scheiße, ey! Ich probier's nochmal, der ist auf 78% Das Ding jetzt aber alles wurde ernehm Jaaa... Geh weg, das Ding schlägt! Ja, hinten ein Läffer! Ach, hinten? Ja... Ich hab eine Idee! Kennt ihr uns einen, wo wir am Anfang ein ganzes Eikommen wollten? Warum? Da, wo das... Hack-Ding ist, was aufgeht! Ja, dann bin ich da! Weiß ich jetzt! Ja, das war's schon! Das war's gut! What the f***! Ah, der hält schon! Okay! Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufgelenkt! Wir gehen jetzt Assi zum Hack-Ding, weil ich denk, dass man das lassen wüsste! Ja, ich bin jetzt ein Stream in der Arm, oder so! Ja, ich glaub nicht! Ich hab's schon begonnen, es dauert zu lang! Ich hab's schon begonnen, es dauert zu lang! Zum Respawn! Wie euer Moment! Weil ich ja nicht dann hab, weiss! Ja, das war's und rund! Na ja, das war's! Ja, das war's im Moment! Wie hilft mir alles! Ich bin dran, wie du doch nehmst! Ja! Na ja! Ich bin dran, wie du trackerst! Ja, bei dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Spontane. Spontane. Sebastos. Mach nein. Bye. Spontane. Absolutely. Yep.